Wo ist denn mein Auto? Es hätte sich nicht mehr gelohnt, es reparieren zu lassen. Aber das... Aber dann kauft ihr doch ein neues Auto. Eins mit Spurhalteassistent, Airbags und anderen Sicherheitsbehörden. Oh, ein neues Auto. Ja, das hättet ihr wohl gern. Ich wollte hasse es. Wer ist denn gestorben? Mein Escort. Das ist eindeutig mein Wagen. Wie weit ist das? Gleich um die Ecke. In Deutschland. Hast du nicht mal gesagt, dass dein Bruder dort lebt? Ein Flug nach Hamburg und mit dem Schiff zurück und schon hast du das Auto auf dem Hof. Ich brauche Escort. Escort? Jump in! Guten Tag. Kommen Sie rein. Sie haben ein paar Lieferungen? Schön, dich zu sehen, Bruder. Na los, steig ein. Dieses Ding fährt noch? Allerdings. Und ich wohne hier auch. Der ist echt eine Inspiration. Darum, ich wusste nicht, dass du einen Bruder hast. Wir kommen auf diese Welt, wenn es Zeit ist. Und wir gehen auch wieder von hier, wenn es Zeit ist. Du hast uns damals schon verlassen. Und jetzt willst du schon wieder gehen? Ist das dein Ernst? Meine Kinder reden nicht mit mir. Du hast echt alles verloren. Das ganze Geld. Aber das war nicht nur dein Geld. Ich möchte nicht, dass Max in seinem Leben einen Erwachsenen hat, dem er nicht vertrauen kann. Ja. Ach so. Du kannst alles wieder gut machen. Lass bloß den Kopf nicht denken. Sowas gehört zum Abenteuer eben dazu. Du solltest auch mal was Neues ausprobieren. Ich mag eben Sachen, die ich schon kenne.